Musik Es folgt die Stadt Nummer 3 aus Italien, vom SCG Artina, Ralf Eisen, Anna Sinona. Es geht also weiter mit der Stadt Nummer 6, aus Deutschland vom Skiglub Oberstdorf, Silina Kigle. Ebenfalls aus Deutschland vom VSC Glingenthal, Julina Reibig. Aus Deutschland vom WSV Bad Reineweide, Alpine Holz. Musik Es folgt die Stadt Nummer 12, ebenfalls aus Slowenien, Nika Fedri. Musik Liga Brejus auf der Stadt Nummer 21 aus Slowenien. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es folgt die Startnummer 3 aus Italien von SC Gartina Raiffeisen, Anna Sinona. Es folgt die Startnummer 6, ebenfalls aus Deutschland, vom Skiclub Oberstdorf, Sina Kichle. Wir warten nun auf die Startnummer 7 vom VSC Klingenthal aus Deutschland. Und Jolina Greibig. Musik 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 Weiter geht's mit der Startnummer 27 aus Slowenien. From Slovenia, Jernaya Rebins zu Bancic. Im ersten Durchgang 63,5 Meter. Und jetzt die Zweitplatzierte nach dem ersten Durchgang aus Slowenien. Daya Bodnay 64,5 Meter nach dem ersten Durchgang. 64,5 Meter nach dem ersten Durchgang. Und jetzt wird spannend. Die Bestplatzierte, die Führerinnen nach dem ersten Durchgang. From Slovenia. From the Ski-Jumping Dynasty. Nia Breabins zu 66,5 Meter. In der ersten Durchgang. Musik 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 Untertitelung. BR 2018